Inland-Taipan-Schlangetiere an ehemals selten, sie seltsam kennt sie, oder die seltsam kennt sie, der Inland-Taipan, Oxioranus microlipidotus, veraltet Parademansia microlipidota, auch westlicher Taipan genannt, ist die giftigste Schlange der Welt, in Australien heimisch und wurde erstmals von Sir Friedrich McCoy 1879 beschrieben. Im Englischen wird sie auch Smolskaletsnake, Western-Taipan oder Fiesesnake genannt. Letzterer Name bedeutet übersetzt, wilde Schlange, und wird im allgemeinen Sprachgebrauch am häufigsten verwendet. Der Inland-Taipan erhielt diesen Namen von Farmern, weil er bei der Jagd manchmal so aussieht, als würde er das Vieh auf dem Weideland jagen. Im Deutschen werden gelegentlich auch die Namen, Schreckensotter, Lund, Zornschlange.